Manchester United-Coach Louis van Gaal hat eine weitere massive Transfer-Offensive dementiert. Mehrere Medien hatten am Freitag berichtet, dass Englands Rekordmeister, wie im vergangenen Sommer auch, in Zukunft kräftig auf dem Transfermarkt zuschlagen wolle. Die Reaktion van Gaals, Ich finde es widerlich, wenn immer über irgendwelche Zahlen geschrieben wird. Ich glaube nicht, dass unser Vize-Vorstandsvorsitzender Edward Ward sich dahingehend geäußert hat. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas darüber gesagt habe. Ich finde es nicht respektvoll gegenüber meinen Spielern und möchte darüber nicht sprechen. In den Medienberichten wurde der niederländische Trainer in Verbindung mit Transfers von den ganz großen europäischen Klubs gebracht. Der aber stellt klar, Ich habe hier mit der bestehenden Mannschaft zu arbeiten. Ich habe Respekt vor meiner Mannschaft. Das ist meine Antwort. Man wird ja dennoch mal fragen dürfen. Was an den Dementis von Herrn van Gaal wirklich dran ist, wird sich schon bald zeigen, wenn im Januar das Winter-Transferfenster öffnet.